Was ist denn Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video machen wir 1 gegen 1 gegen Messi. Ihr kennt bestimmt das Video mit Ronaldo. Gegen ihn haben wir gewonnen. Wir haben ihn kurz nach Hause geschickt. Und heute schicken wir Messi nach Hause. Okay, er soll jetzt reinkommen. Okay, Messi, komm rein! What's up, man? What's up? Leute, einfach der erste Messi. Kann ich sprechen in Spanisch? Hijo de puta. Ich heiße Messi. Nr. 1 Er hat zuerst gesagt, dass er Nr. 1 ist. Wir werden in diesem Video sehen, wer Nr. 1 ist. Ich oder er. Wie gesagt, Ronaldo habe ich nach Hause geschickt. Und heute schon Messi nach Hause. Ronaldo Nr. 2, Messi Nr. 1 Ich sage, du bist ein guter Spieler. Und jetzt starte ich die Challenge. Ich verstehe. Okay, der erste Challenge ist, Laten schießen. Oh, wo hin? Ich weiß nicht, warum er Piri Tiquan hat. Ich glaube, er ist ein riesen Fan von Piri. Die Latte schießen. Ihr wisst, ich mach das. Wie knapp das heute? Ja, scheiße, Mann. Messi, warum hast du Piri Tiquan? Äh, Piri Tiquan. Der erste Spieler. Ah, okay, okay. Messi Nr. 2 Was? Du meinst? Du meinst? Egal. Okay, keiner hat getroffen. Wir machen bis 3. Wer 3 trifft, hat gewonnen. Ich meine Ronaldo, Leute. Ronaldo. Ey! 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 12 13 14 14 15 20 14 Okay! Schau! Erste Challenge! Du wirst? Vizcar Wasser! Zweite Challenge! Eins später! Lass mich starten! Nein, bitte lass mich starten! Bitte, bitte! Bitte, Bro! Bitte! Okay! Danke! Schau da! Schau an dir! Ey! Ja! Geh mir mal Vobo! Puta madre! Ey! Pendejo! Nein, nein, nicht gut! Nein, nein! 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 Ich bin sorry, Bro. Ich glaube, wir haben ein bisschen gejagert. Warum Kamerl, Vobo? Warum? Nicht gut, so. Wir haben ein bisschen gejagert, aber egal. Sorry, Bro. Ich bin sorry. Aber das zählt. Okay. Wir haben ein bisschen gejagert, Leute. Ja, ey! Leute, soll ich nochmal versuchen? Das Gleiche? Ich fahre nochmal, dass der wegkommt. Oh, Ronaldo! Ronaldo! Ey! Ja! Ey, guck der geil, guck der einfach. Ey, so dumm. Ey! Bro! Was? Das ist nicht Ronaldo, Bro. Warum schaust du da? Das ist nicht gut. Das ist nicht Ronaldo. Warum schaust du da? Er dachte, das war Ronaldo. Ja! Hier, hier, hier! Ja! Ja! Und, wie ist es? Ja! 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 Jetzt ist das ein Golasso. 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 Hey, stopp! Wo ist das? Bitte, sag's! Hey, was ist das? Was ist das? Ja, sieht? Hey, hey! Das habe ich bei mir auch gemacht. Bitte, mach das. Ohne das. Aber du, hey! Ronaldo, hey! Okay, warte, warte, warte. Leute machen so, wenn ich nicht treffe, bin ich gay. Immer wenn ich das sage, treffe ich das. Und hier ist ein Beweis. Ich schwöre, das war ungewollt, ehrlich. Ich wollte ehrlich treffen, aber... Die dritte Challenge ist, den Tor von verschiedenen Stellen zu treffen. Ich fange an. Was? Geh mir, Vobo! Geh mir, Mann! Kamera Vobo, so wie ist das, Bro? Ich meine... Ich kicke ihn gleich raus von meinem Video, was macht der? Kamera Vobo! Nicht cross, Mann! Ja, bitte! Okay. Ich mache das, ich mache das. Boah, so clean! Das war so gut! 2, ja? 2, ja? Wenn ich das schraue, dann gewinnen, ja? Okay. Wenn ich das schraue, dann gewinnen. 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 2, 1. Wir machen bis 3. Wer 3 Punkte hat, dann gewonnen. 2 Challenge ist von 16 erschließen. Wenn er 2 Tore hat, dann gewonnen. Du weißt, ich habe ihn ja gleich schon. Ja, du kannst ihn gehen. Leute, das Ziel ist, er kann kein Englisch. Er kann nicht mal seine Sprache sprechen. Das hier ist ein bisschen schwierig mit ihm zu unterhalten, aber... Komm! Nein! Hey! Wieder, wieder! Leute, mit Handschuherchen gehalten! Mit Handschuherchen gehalten! Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Wir machen das. Er beleidigt mich die ganze Zeit. Hier, das ist euer Vorbild. Das hier ist euer Vorbild. Ich habe euch die ganze Zeit beleidigt. Messi! Oh Gott! 200 Pfosten! Leute, ich habe mich entschieden, mit Handschuhen zu machen. Weil das ist ja Messi so. Seine Schüsse muss man auch irgendwie halten können. Ohne Handschuhe geht das nicht. Unmöglich. Ich versuche mal mit Handschuhen. Gut von mir, ey. Was macht der? Nein! Ey! Ja! Ey! Einfach Lupfer, drüber die Luft. 1-0! So kann man auch, Bro. Komm an! 1-1! Immer meckern, Alter. Immer meckern. Der ist ja schlimm als Ronaldo. Wenn er trifft, hat er gewonnen. Wenn nicht, dann bin ich dran. Let's change. 1-1 gegen Messi. Wenn ich gewinne, habe ich gewonnen. Wenn nicht, hat er gewonnen. Das letzte Challenge entscheidet. Der Torwart ist hier. Die Torwart ist hier. Die Torwart. Wir machen bis zu 2. Es geht bis zu 2. Ja, Torwart, Torwart! Komm! Wir sind auf der Weg. Ich bin los. Ich habe echt riesig. Hey! Was ist's? Hey, Cool! Ey, ey! Hey, Cool! Unterholung, Unterholung! Das ist für mich! Let's do it, let's do it. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Hey! Hey, ich will ja, Bobo! Hey, ich will ja, Bobo! No, no, no! Hey, hey! Nein, hör mal, hör mal! Das ist ein Mess, Leute! Einmal auf! Oh! Hey! Oh! 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 Hey! Hey! Oh! Das war's mit dem Video! Ich hoffe, dass dir die Video gefallen hat! Abonniert den Kanal! Lasst einen Like da! Dankeschön fürs Zuschauen! Danke für den Kameramann! Lasst einen Kommentar da! Danke! Merci! Du bist ein guter Spieler! Nummer 1! Eigentlich hatte er die Challenge gewonnen, aber wir haben ja so gesprochen! Eins gegen eins ist wichtiger! Und ich habe das gewonnen! Das heißt, ich bin der Winner! Aber du warst gut! Kannst du sagen, das letzte Mal, dass sie abonnieren müssen? Abonnieren! 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 Ja! Abonnieren! Kannst du sagen, für das letzte Mal, Kamerabobo? Kamerabobo! Abonnieren! Abonnieren! Aufonnieren! Abonnieren! Vielen Dank.